Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video, damit auch zu einer neuen Videoserie hier auf meinem Kanal. Wie ihr es schon am Titel erkannt habt, geht es um Hardware-Legenden. Viele von euch haben mich immer wieder gefragt, weil ja viel Hardware bei mir im Hintergrund immer zu sehen ist. Und ihr wisst auch von meiner vorherigen Perspektive, also als ich quasi noch links an meinem normalen PC-Tisch saß, im Hintergrund habt ihr die ganzen Grafikarten immer gesehen, Asus, Mars und so weiter. Ich habe sehr, sehr lange sehr viel Hardware gesammelt, da sind sehr viele spezielle Gegenstände dabei zusammengekommen und ich dachte mir, wir machen jetzt einfach mal eine Videoserie, in der wir über diese Hardware sprechen. Also ich habe viele interessanten CPUs, Mainboards, Grafikkarten und so weiter. Darum geht es in dieser Videoserie und im heutigen Video fangen wir mit dem AMD Tweaker an. Denn vor circa 10 Jahren mittlerweile kam der AMD Tweaker auf den Markt, aber auch nicht wirklich auf den Markt, sondern er wurde nur an ausgewählte Personen versendet. Das ist eine CPU. Die genaue Stückzahl ist nicht bekannt, wie viele von diesen CPUs überhaupt existieren, wie viele davon produziert werden, aber man sagt, es sind circa unter 100 CPUs. Dementsprechend wirklich ein sehr, sehr seltenes Teil. So sieht diese CPU aus. Mein Exemplar ist ein bisschen schon mitgenommen, also habe ich vor einigen Jahren aus Zufall mal bei Ebay gefunden. Und ja, das ist ein AMD Tweaker 42, so heißt die CPU. Ist Phenom 2 basiert, also Sockel AM3. Die Plattform ist auch schon 11 Jahre alt mittlerweile, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da kommen wir auch zum passenden Board gleich. Also wir haben hier ein Asus Crosshair 3 Formula. Das ist die Plattform, die wir heute für dieses Video verwenden werden, um die CPU zu testen. Vorher aber mal noch ein paar kleine Details zu dieser CPU. Also es ist ein, wie gesagt, Phenom 2 Tweaker 42. Tweaker stand damals eben für Leute, die viel an ihrem PC rumgetweakt haben, also Einstellungen gesucht haben, um Leistung zu verbessern. Extreme Overclocker und so weiter. Basierend ist die CPU eigentlich auf einem Phenom 2 940 oder 955. Ist also ein Phenom 2, der einen freien Multiplikator hat. Die CPU lässt sich frei übertakten, wurde von AMD einfach nur extrem stark selektiert. Also ist quasi vergleichbar mit dem Intel 9990XE, den wir gerade von ein paar Videos bei mir gesehen haben. Also eine spezielle CPU, die einfach sehr stark selektiert ist. Eigentlich so in der Form auch auf dem Markt zu finden ist. Damals war das eben der Phenom 2 955 oder 940. Daraus hat AMD einfach extrem viele CPUs getestet, hat diese 42er Tweaker CPUs rausselektiert und hat dann gesagt, okay, diese CPUs, die lassen sich extrem gut takten. Vor allem nicht nur bei Luftkühlung, sondern damals war der Fokus eher flüssig Schickstoff und auch flüssig Helium. Denn AMD hatte den Fokus darauf gesetzt, dass man mit diesen CPUs ein paar Weltrekorde brechen konnte. Und auch vor allem extrem hohe Taktraten erreichen konnte. Wie bereits am Anfang erwähnt, werden wir die CPU kurz testen und zwar mit dem Asus Crosshair 3 Formula. Dieses Board habe ich vor wenigen Wochen bei EBR steigert, wie den Großteil meiner Sammlung, den ich mir über die Jahre zusammengesucht habe. Und dafür habe ich auch mal wieder die Letyshop Cashback Service Erweiterung benutzt. Also es ist eine Browser Extension, die man verwenden kann, um Geld zu sparen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Dementsprechend habe ich mich auch mit Letyshops zusammengetan. Dieses Video entsteht dementsprechend auch in Zusammenarbeit mit Letyshops. Und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr damit einkaufen wollt. Je nach Shop könnt ihr bei eurem Online-Shopping einen Cashback von bis zu 30% erhalten. Und neben Ebay hat Letyshops natürlich noch viele weitere Partner, die für euch auf jeden Fall interessant sein könnten. Also es gibt zum Beispiel Lenovo, EMP-Shop, AliExpress oder falls ihr einfach nur mal Hunger habt, dann könnt ihr auch bei Lieferando.de oder wie ich selbst bei Bringmeister Cashbacks erhalten. Und es ist wirklich extremst einfach, diesen Cashback-Service zu verwenden. Jetzt zeige ich euch ganz kurz, wie das funktioniert. Es ist wie gesagt wirklich sehr, sehr einfach. Ihr geht einfach zur Letyshops Website und klickt dort auf den gewünschten Shop, bei dem ihr einkaufen wollt. Und kauft dann wie gewohnt ein, also wie ich zum Beispiel bei Ebay das Crosshair 3 Formula gekauft habe. Und dann könnt ihr ganz einfach rechts oben über die Browser-Erweiterung den Cashback aktivieren. Wenn ihr dann aber auch mal auf einer Website unterwegs seid und wisst nicht, ob diese unterstützt wird, dann seht ihr das rechts oben bei der Shop-Erweiterung auch sofort im Browser. Nach dem Kauf erhaltet ihr dann innerhalb von wenigen Tagen die Gutschrift in eurem Letyshops-Konto und die könnt ihr euch dann ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung auszahlen lassen. Wie ihr sehen könnt, bin ich selbst schon bei circa 16 Euro angekommen und ich kann das Ganze wirklich nur empfehlen. Also man zahlt nichts, spart dabei Kohle und wie gesagt sehr, sehr einfach. Und deswegen würde ich euch auch empfehlen, klickt unten bei mir einfach mal in den Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch kostenlos registrieren. Und über diesen Link erhaltet ihr auch 7 Tage gratis ein Premium-Konto mit einer 30% erhöhten Cashback-Rate. Wenn wir uns das Crosshair 3 Formula anschauen, dann ist es einfach, ich finde es einfach lustig, verglichen mit einem Board von heute, wie sich die Kühllösung quasi zurückentwickelt hat. Also vor 10 Jahren, so alt ist die Plattform mittlerweile, ja da hatten wir schöne Kühlkörper hier für die Spannungswandler mit viel Oberfläche. Die Spannungswandler hier, die waren natürlich nicht so effizient wie das, was wir auf heutigen Mainboards sehen. Dementsprechend hatten sich ja auch die Kühlkörper im Laufe der Zeit verändert, also die Kühlkörper so vor 5, 6 Jahren. Die hatten eben diese Finnen nicht mehr, weil sie sehr viel effizienter waren. CPU-Verbrauch war aber auch deutlich niedriger. Und jetzt gehen wir irgendwie wieder zurück, also wir sehen jetzt heutzutage wieder solche Heatings hier. Was wir aber nicht sehen, ist so ein Design hier, weil wir haben hier eben eine Southbridge und eine Northbridge. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr. Heutzutage haben wir ja nur noch einen Chipsatz, eine PCH, den Plattform-Controller-Hub. Damals hatten wir aber die Northbridge quasi zwischengeschalten zwischen die CPU im Sockel, war verbunden mit Hyper-Transport 3.0, mit der Northbridge. Also das ist ein Datenbus, der eben eine sehr hohe Geschwindigkeit, hohe Datenübertragungsrate mit der Northbridge hatte. Und die Northbridge hat dann zum Beispiel Verbindung mit PC-Express 2.0 zu den Grafikkarten hier unten. Und dann konnte man zum Beispiel bis zu 32, also 2x16 PC-Express 2.0 Lanes verwenden und konnte so auch Crossfire verwenden auf diesem Mainboard. Das haben wir heutzutage zum Beispiel auch nicht mehr. Was mich aber immer noch begeistert bei AMD, man muss ja auch sagen, AMD ist sehr treu dem Sockel, also versucht ja sehr lange die Sockel durchzuschleifen. Und was sehr cool ist, ist immer noch die Montage der Kühlkörper. Und mich hat das einfach begeistert. Ich habe hier ein AM3-Bord, das 10 Jahre alt ist und dann habe ich hier diesen Kühler. Der ist, glaube ich, von Pinnacle Ridge oder von einer der letzten CPU-Generationen. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher der war. Der Kühler ist vielleicht ein Jahr alt oder eineinhalb Jahre. Und der passt einfach immer noch hier drauf. Das heißt, wir können einen relativ aktuellen AMD-Kühlkörper, der natürlich nicht die höchste Kühlleistung hat, aber trotzdem mit der alten AMD-Hardware nehmen, um das heute mal zu testen, wie das Ganze funktionieren wird. Was auch so ein bisschen eine Hardware-Legende ist, sind die Corsair Dominator GT Arbeitsspeicherriegel. Also wer schon ein bisschen länger in der Overclocking-Szene unterwegs ist, dem ist das auf jeden Fall ein Begriff. Also die Corsair Dominator GT waren damals so das absolute Maß der Dinge. Wir haben hier Elpida Hyper ICs verbaut, also diese Chips, die drauf sind. Heute hat man ja meistens Samsung-Arbeitsspeicher, der sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell ist. Damals war Elpida Hyper so absolut krass. Also wir hatten hier DDR3, 2000 MHz, CL7 und mit ein bisschen mehr Spannung konnte man auch problemlos auf CL6 runtergehen. Und das waren wirklich extrem krasse Arbeitsspeicher. Die habe ich immer noch behalten, weil ich immer wieder mal so alte Hardware teste für Benchmarks, für Wettbewerbe. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich die behalten habe. Die werden wir heute in diesem Video nochmal verwenden. Und jetzt verbauen wir erstmal den AMD Phenom 2, also den Tweaker 42 in diesem Board. Die CPU wurde damals, wie gesagt, eher so für Weltrekordversuche verwendet. Und ich habe da bei HW-Bot in der Datenbank ein bisschen gewöhlt und habe gesehen, das beste Ergebnis, was mit Flüssigstückstoff mit dieser CPU erreicht wurde, sind circa 6,6 GHz. Was für damalige Verhältnisse auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viel war und auch deutlich mehr, als die Intel-CPUs zur damaligen Zeit eigentlich wirklich erreichen konnten. Und mittlerweile ist es aber so, dass es auch höhere Ergebnisse mit einem 955 Black Edition gibt, also quasi die CPU, aus der diese CPU entstanden ist. Natürlich gibt es von dem 955 Black Edition viel mehr auf dem Markt als von dem. Das heißt, nach langer Zeit war es absehbar, dass die Ergebnisse von dieser CPU auch geschlagen werden. Setup steht und läuft. Was ein bisschen immer ein Problem ist, ist natürlich auch alte Hardware mit der alten Software zu verwenden. Ich habe glücklicherweise noch ein paar Betriebssysteme rumliegen von damals, von HW-Bot-Wettbewerben und so weiter. Ich hatte noch eine SSD von vor 6 Jahren und die verwenden wir heute wieder oder vor 5 Jahren und verwenden auch Windows 7 zum Testen, weil ich irgendwie auch nicht Windows 10 booten konnte, aber spielt auch keine Rolle. Wir testen jetzt erstmal kurz mit Cinebench R15, wie die Performance von so einer CPU ist. Also ich starte das mal, weil ich aus Erfahrung weiß, der Cinebench R15 bei so einer CPU dauert relativ lange. Dann haben wir noch Zeit, darüber zu reden. Was auch interessant ist, so eine kleine Anekdote von dem Phenom 2 42 Tweaker, ist, dass die 42 sich auch per Anhalter durch die Galaxis bezieht. Denn da war die universelle Antwort auf das Leben 42 und AMD fand es damals einfach lustig, das als Titel für die CPU zu verwenden. Wusste ich selber auch nicht, habe ich auch nachgelesen, muss ich natürlich ganz offen zugeben. Auf jeden Fall, die CPU läuft jetzt. Die CPU hat einen Basistakt von 2 GHz, daher auch die 42, denn die bezieht sich auf 4 Kerne mit 2 GHz. Und ihr seht, ein Cinebench R15 mit so einer älteren CPU dauert wirklich sehr, sehr lange. CPU hat aktuell eine Spannung von 1,2 Volt, die anliegen. Wir haben auch interessanterweise natürlich bei so einer CPU viel mehr Einstellungsmöglichkeiten als heutzutage. Also wir hatten damals nicht nur den Multiplikator, den man verändern kann, sondern es gab auch den Referenztakt, dann gab es den Northbridge-Takt und es gab den HT-Link-Takt. Also HT-Link, wie gesagt, ist die Verbindung zwischen der CPU und der Northbridge. Dann können wir die Northbridge selber noch verändern vom Takt. Da gab es auch ein paar Verhältnisse, die man beachten musste. Ich glaube, HT-Link durfte nie höher vom Takt sein als die Northbridge und so weiter. Also früher war das auf jeden Fall alles vom Overclocking her viel, viel komplizierter als das Ganze heute ist. Und wir können uns jetzt auch einfach mal so den Stromverbrauch bzw. die Leistungsaufnahme der CPU anschauen. Dazu verwende ich immer so eine Strommesszange. Die packe ich dann an den EPS-Anschluss hier oben. Natürlich nicht an Masse, sondern an 12 Volt. Wenn man beides nehmen würde, dann käme natürlich absoluter Mist bei raus. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt einen Strom, der fließt von ca. 7,5 Ampere. Das Ganze müssen wir dann mal 12, mal die Spannung nehmen, dann haben wir die Leistungsaufnahme von der CPU. Das heißt 7,5 mal 12, das kann ich natürlich im Kopf. Sind wir bei 90 Watt Leistungsaufnahme. Ist eigentlich gar nicht so viel, weil natürlich die CPU mit 1,2 Volt und 2 GHz auch deutlich unter einem 955 Black Edition liegt. Aber die CPU ist vorselektiert und die war auch dafür gemacht, dass man sie selbst einstellt und nicht, dass man auf den Basistakt vertraut. Wir haben jetzt ein Ergebnis und das Ergebnis liegt im Multi-Threading-Test bei 207 Punkten. Und das finde ich schon irgendwo ganz lustig, weil heutzutage, wenn wir jetzt zum Beispiel das mit einem 8700K oder mit einem 9900K vergleichen, dann haben wir das beim Single-Threaded-Test als Score. Also ein Kern heutzutage bei 9900K ist genauso schnell wie vier von diesen Kernen bei 2 GHz. Wenn wir jetzt den Single-Threaded-Test machen, den spare ich mir jetzt aber, weil der dauert wirklich sehr, sehr lange, dann landen wir irgendwo bei circa 50 Punkten Single-Threaded. Und das ist verglichen mit der heutigen CPU wirklich sehr, sehr, sehr langsam. Also wenn wir uns den heutigen Pentium Gold G5400 mal anschauen, das ist eine CPU, die kostet circa 70 Euro, ist glaube ich zwei Kerner mit HT, der kommt auf über 400 Punkte im Multi-Threading-Test. Und da sieht man einfach mal, wie die Technologie so voranschreitet. Und natürlich hat so ein Pentium Gold auch gerade mal die Hälfte der Leistungsaufnahme. Also wird alles sehr, sehr viel effizienter und auch sehr, sehr schneller. Und ist natürlich auch ein guter Punkt, wenn man heutzutage immer noch sowas besitzt und verwendet. Also sei es ein 955 BE, dann lohnt es sich auf jeden Fall abzugraden. Sei es noch so eine günstige CPU, die man heute aktuell kauft, auf jeden Fall lohnt sich das Ganze. Wir gehen jetzt mal kurz ins BIOS und schauen uns mal ein paar Einstellungen an und schauen uns auch mal so ein altes BIOS mal eben an. Wir sind jetzt im BIOS oder wie Mary mich gerade korrigiert hat. Wir sind im BIOS, hat sie natürlich recht. Und ja, so sieht, oder so sahen BIOS damals aus. Und wir haben hier einige interessante Optionen, die wir einstellen können. Also wie gesagt, wir haben hier den Referenztakt FSB, wurde es oft damals genannt. Ist aber eigentlich falsch, weil das bei Intel nur der Frontside-Bus war und nicht bei AMD. Also ist eigentlich nicht korrekt. Da konnte man auch den PC-Express-Takt relativ gut einstellen. CPU-Ratio ist jetzt hier auf Auto. Das stellen wir einfach mal auf 14. Damit übertakten wir die CPU von 2 auf 2,8 GHz. Ich weiß leider, dass meine CPU nicht die beste ist. Das heißt, wir können die nicht so krass übertakten. Und wir haben jetzt hier DRAM-Takt. Können wir maximal auch nur 1600 MHz auswählen. Das wählen wir auch aus. Also wir können die 2000 MHz von dem RAM leider gar nicht ausnutzen. Dazu müsste man jetzt den FSB-Takt anheben. Zum Beispiel auf 220, 240, wie auch immer. Und schauen, wie hoch man dann mit dem RAM kommt. Und dann haben wir hier eben den Northbridge-Takt auf 2 GHz eingestellt. Und HT-Link ist bei 1800. Die ganzen, die könnte man jetzt auch noch manuell nach oben anpassen. Da könnte man sich rein theoretisch auch noch Performance holen, wenn man zum Beispiel irgendwo limitiert wäre durch PC-Express-Takt oder wo auch immer. Und hier haben wir dann die Einstellungsoptionen für CPU-Spannung. Da stellen wir jetzt einfach mal 1,4 Volt ein. Das klingt viel, war aber für damalige Verhältnisse. Also ist eine 45 Nanometer CPU nicht viel. Northbridge lassen wir einfach auf Auto. Da müssen wir nichts machen. Und DRAM-Voltage haben wir entspannte 2 Volt. Die CPU ist jetzt auf 2,8 GHz getaktet. Und ich weiß nicht warum, aber die CPU macht so ein kleines bisschen Probleme. Manchmal lässt die sich auf 2,8, 2,9 GHz takten. Und dann startet die CPU die nächsten 10 Versuche einfach nicht ins Windows. Vielleicht liegt es aber auch an meinem Betriebssystem. Kann ich nicht sicher sagen. Auf jeden Fall läuft es jetzt soweit. Wir lassen jetzt einfach noch mal kurz den Cinebench Run laufen. Und wir sind jetzt bei circa 1,35 Volt. Ich habe die CPU-Spannung noch mal ein bisschen gesenkt. Weil die CPU einfach sehr, sehr warm wird. Und der Kühler ist relativ klein. Also wir bekommen eben nicht ganz so viel Abwärme abtransportiert. Wir sind jetzt bei circa 12,5 Ampere Strom. Dementsprechend, wenn wir das Ganze wieder ausrechnen, was ich natürlich wie üblich sehr gut im Kopf kann, dann sind wir bei circa 150 Watt Leistungsaufnahme. Also ja, da sieht man mal, wie stark die Leistungsaufnahme tatsächlich ansteigt. Von 90 auf 150 Watt alleine von 2 auf 2,8 GHz. Von 1,2 auf 1,35 Volt. Und das ist natürlich auch dem Fertigungsprozess geschuldet. Also wir haben hier einfach eine 45 Nanometer CPU. Und der DAI ist aber auch viel, viel größer als wirklich mit einer CPU heute. Das heißt, die Energiedichte ist einfach viel, viel geringer. Weil viele sagen immer, ey, früher meine CPU, die war einfach gar nicht so warm wie heute. Das ist richtig. Also die CPU hat jetzt auch 60, 65 Grad Celsius, Kerntemperatur und der Last. Liegt aber wie gesagt einfach daran, die Chips waren viel größer, die Strukturbreite deutlich größer. Also dementsprechend wird die Wärme über eine größere Fläche abgegeben. Aber die Leistungsaufnahme ist trotzdem nicht ohne. Und wir sind hier mit dem Kühler auch leider am Ende. Da müssten wir jetzt eine Wasserkühlung draufpacken, einen großen Luftkühler, Trockeneis, wie auch immer. Dann könnte man aus der CPU sicherlich noch was rausholen. Trotzdem fand ich es interessant, mal wieder sowas zu sehen und mich auch mal wieder so zurück in die Zeit zu versetzen. Mal zurück in diese Geschwindigkeit. Also nicht nur was Cinebench angeht, sondern auch einfach solche Sachen wie Windows Start, der damit deutlich länger dauert. Wiederum dauert aber der Post, also vom BIOS zum Windows Laden, bei diesem System nicht so lange wie bei einem heutigen System. Also es geht wirklich sehr, sehr schnell. Zwei bis drei Sekunden und dann fängt es schon an, Windows zu laden. Das ist überraschend schnell. Und wir haben jetzt zum Schluss, also wenn wir uns das Ergebnis jetzt mal bei 2,8 GHz anschauen, haben wir circa 280 Punkte. Also es skaliert sehr, sehr schön nach oben, wenn man die CPU übertaktet. Dennoch ist die Leistung natürlich verglichen mit der heutigen CPU, gerade wenn wir dann so 32-Kern-Threadripper mit 5000 Punkten anschauen. Da hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren extrem viel getan. Lasst mich gerne in den Kommentaren mal wissen, was für Hardware ihr zum Beispiel mal sehen wollt. Also es muss nicht unbedingt Hardware sein, die ihr bei mir schon gesehen habt im Hintergrund, sondern auch, falls ihr irgendwas kennt und würdet das vielleicht gerne mal sehen, falls ihr irgendwelche spezifischen Tests haben wollt mit alten Benchmarks oder sowas, lasst mich es gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.